so herzlich willkommen zu einer runde gta 5 hier mit alex wir wollen heute einfach mal ein bisschen abschümmeln nichts besonderes vor keine missionen nix einfach zum flughafen und uns vielleicht einen cargo bob schnappen und einfach mal austesten ob man mit dem panzer wie heißt der nochmal der panzer rhino panzer rhino panzer rhino tank junge ja genau ob man damit auf das hochhaus kann ja und ob man den überhaupt anheben kann ja genau wer weiß ja wie viel der wer weiß wie viel der cargo abheben kann so würde ich ja sagen ja beim bei diesem lspd truck da wird es ja schon richtig schwierig ja letztes mal schon echt witzig dann konnte man kaum abheben ja und die ganzen bullen habe ich beschossen das hat das anubes er ja genau ja da sind wir auch schon beim guten alten los santos international airport und wieso völlig leben oder wieso blinkt das auf jeden fall rot bei mir jetzt explodieren wir oder na nee wenn du gut bist dann nicht ich bin gut da bist du mit deinem schicken flitzer hier hier oben in dem schönen pegassi wacker früher war die mich geiler oder ja aber auch wieder gut aus schön matt rot ja und ich hoffe mal dass wir überhaupt ein cargo da steht naja das habe ich auch wieso verliehen ja verleben haben wir das leider seiner lösung fliegst du soll ich fliegen oder nicht oder ja ich fliege lang 31 jones und hat race points für luft die kurs bekommen das so weil ich so mega den heftigen jump gerade gemacht habe nach wahrscheinlich da ruhig schon mal pegasus an und ja genau hier mal eigenen panzer wenn man alle die sich aufgabe alle die es noch nicht kennen der cargo bob kann mit dem stick mit dem mit dem steuerkreuz nach rechts diesen haken abwerfen dann kann man fahrzeuge mittendrin hoch geben ich hab dir dort auf der karte markieren wo du hin muss ja dann kann übrigens richtig witzig leute trollen wenn die von der polizei verfolgt werden irgendwie online typen wenn ihr das seht holt ihr einfach ein polizei auto hoch mit bots drin und dann fliegt ihr dem einfach die ganze zeit hinterher und er wird für immer von der polizei verfolgt hololole hast du eigentlich vor deinem auto irgendwo abzuwerfen und es zu zerstören ja ich hab zwar null bargeld null auf der bank von daher kann ich es nicht mehr auslösen aber wie war das dein letztes mal wo du irgendwie einen tax nee was wolltest du noch bezahlen keine ahnung ich wollte mir was rufen ich wollte mir ein motorrad rufen das ging nicht weil da unten ist der panzer ja ok tschüss nein er hat überlebt oh ja da steht er ja ja dann gucken wir mal jetzt kommt die ich steig auf die große wahrheit loll guck mal da auf dem wasser da sind irgendwelche leute auf dem boot am ruder oder ne quatsch das sind nur jet skis loll wie er rumgebacktes loll es geht loll ab gehts jungen loll jetzt wo ich wo ich da gerade so drüber nachdenke das hatten wir doch schon mal oder nicht Tom hat mich doch schon mal mit deinem panzer abgeholt habe ich doch auch schon mal übelst gefeuert stimmt 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 ja das haben wir doch schon mal gemacht aber trotzdem wir sind noch nichts mit dem panzer da oben runter gefahren oder ich habe euch hier vorher abgeschossen mit dem jet ja genau deswegen premiere was wusste denn guckt er wohl zu uns aber nix weiter so jetzt muss ich hochziehen hochziehen meine propeller geben alles das ist natürlich auch schon vorher ein bisschen steigen können aber dem sonnenaufgang entgegen ja während wir hier versuchen noch die das bankgebäude hoch zu fliegen könnt ihr ja mal unsere facebook seite ab checken wo auch immer neue infos kommen bezüglich games kommen wo wir ja auch sein werden ne alex ja letztes jahr schon mal da gewesen habe ich von mega viel spaß gemacht kann man nur jeden weiterempfehlen und das wird einfach so geil also wenn ihr leider aus welchen gründen auch immer nicht zur gamescom kommen könnt könnt ihr immer noch auf unserer facebook seite und auf unserem youtube kanal natürlich auch aktuelle videos und interviews dann verfolgen es sind zwar jetzt noch acht monate sieben monate hin bis zur gamescom aber du man wundert sich wie schnell das gehen ja auf jeden fall wie ist jetzt der plan ich lasse den cargobob fallen oder ja ich bin auf jeden fall mit in den tank damit die zuschauer auch das sehen kann man hier überhaupt zwei oder du gehst ja stimmt ja oder kannst irgendwie landen dann mache ich den cargobob ja stimmt sturzflug das geht ja sowieso in die hose ja ah nee zack wie das wäre cool wenn irgendwann an das mg könnte oder so sehr mega witzig an das panzer mg ja wir können gleich mal kurz ausprobieren ob hier noch jemand zweites mitfahren kann ja stimmt glaube ich auch nicht glaube ich auch nicht ja was war das der zieht ja immer dahin wo du hin guckst tink lol und ich kann jetzt nicht einsteigen weil du den so geil geparkt hast oder was ja und dann habe ich den halt ein bisschen war nein warte nein der explodiert 100 pro ich versuche mal über einen beifahrer hey warte das geht auch ich mache abgang ich mache abgang ich bin unten auf ich bin auf der unteren plattform der cargobob der da bist du kommst du runter ja ich kann fahren aber dann war ich ein abgang ne ja warte ich will unbedingt zukommen lol jetzt doch ich kann immer noch fahren okay bist du bereit ich bin bereit lol läster ruft an ich versuche noch mal auf der anderen platz auf zu landen scheiße es hat nicht geklappt ich mache abgang und lol nichts lol lol jetzt doch pegasus gerade mein fahrzeug wurde geklaut ja dann mache ich mal sagen machen wir jetzt noch ein bisschen polizei action ja ein bisschen wüten hier mit dem tank du scheiß mixed time lol ich hab 3000 geld bekommen nice oh man ey 3000 geld übrigens nicht 3000 dollar sondern 3000 geld klopf 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 kl Ja, du könntest Sprengsatz oder so zünden, ne? Geht das? Ich glaub, ich könnte dich auf meinen Panzer verbannen. Von meinem Panzer. Oh, das machst du natürlich nicht, weil dann wär der ganze Spaß hier vorbei. Ja, genau. Gehen wir mal ein bisschen auf ein paar Spieler, oder? Ja, stimmt. Loll, ich hab schon wieder Kopfheld, glaub ich. Weil ich von irgendjemand so'n Bin hatten. Jo, 1000. Wo sind denn hier Spieler? Ich weiß nicht, wie weit die weg sind, da ist das Problem. Loll, Polizist rammt mich und... Wie, du hast 1000 Kopfgeld? Nein. Bis dich. Loll. Fahr mal rechts. Loll, der fährt mir rein. Fahr gleich rechts. Wieso rechts, links? Da komm gleich ein Spieler, oder? Loll, ja stimmt, der ist relativ nah dran. Oh, der ist auch mega schnell. Ich versuch mal hinter ihn herzufahren. Lock ihn mal an mit deinem Kopfgeld. Ah, warte, er ist da hinten, er raubt nen Store aus. Ja? Loll, du kleine Wunder. Loll, Rang erhöht. Loll, Rang erhöht. Mann, ey. Richtig gut, ey. Ja, wenn der gleich aus dem Store kommt, der wird sein blaues Wunder erleben, ey. Oh, ja. Mit vier Sternen komm ich mit der Polizei an. Ja, der freut sich bestimmt. Und der bekommt jetzt irgendwie so zwei oder so. Und, äh, auf einmal stich die ganze Bullerei vor seiner Tür. Und, na, und natürlich nen Panzer. Boah! Was ist los? Kaboom! Alles explodiert hier. Du weißt, dass er wieder auf freiem Fuß ist, ne? Ja, ich weiß. Aber ich komm nicht weiter, weil ich auf so einer behinderten Fahrzeug gleich bestehe. Okay. Ich fahr mal hinter ihn her. Karabiner Schalldämpfer freigeschaltet. Nice. Alter! Komm schon weg hier, weg hier, ey. Toll, er ist in der Bahn. Kannst du den Polizei abhängen. Mmmmm. Alter, er rast auch in mich rein, ne? Lol. Ich bin hier dieser... ...CJ. Jo, ich hab ihn. Ha, geil, oder? Nice. Jo, ich glaub auf sein Auto. Alter, war das grad ein Bulle? Oh, lol. Da ist kein Toot, halt. Jo, fahr mal Richtung Klughausen, oder? Da gibt's ja noch ne AC. Stimmt, dann lass damit abhauen, ey. Auf jeden Fall. Kann man da nicht ein Panzer reinstellen, oder geht dann die AC kaputt? Gute Frage. Der Panzer hält allerdings nicht mehr viel aus. Die rasen wir die ganze Zeit hier hinten rein, die Bastarde. Jo, hier ist das grüne Auto. Jo. Jo, ist schon mega am quietschen. Äh, am piepen, mein Ding. Jo, mein Panzer quietscht ein bisschen. Boah, Explosionen! Aber die AC 130, die müsste eigentlich, äh, bade aus in dem einen Hangar. Sposen. Aber da hab ich mich jetzt am häufigsten gesehen. Scheiße. Oh, sonst ruf lästern. Ruf lästern, Junge. Wieso? Weiß ich nicht, oder? Kann ich das so mit nem, nem, nem Gefecht? Jo, das geht. Lava. Alle Bullen dann. Hm. Okay, dann halten nicht. Wie? Das ist der falsche, den wir die ganze Zeit verfolgen. Okay, dann hören wir direkt auf. Ja, genau. Jo, er hat grad über Paypal seine Strafe übrig gezahlt. Jo, dann darfst du ihn nicht mehr verfolgen. Nein. Hopp. Hat mir das Passantenauto den Rest gegeben? Nö. Läuft bei mir. Ne. Doch. Nein. Doch. Was denn, du? Ja, ich konnte fahren, ich konnte nicht mehr fahren. Er dampft aber schon richtig schwarz hin und raus. Aber ich frag mich grad, wie wir überhaupt, äh, oder wie du mit dem Panzer da überhaupt drauf kommen willst. Ja, das kannst du mal jetzt, äh, downen. Okay, klappt nicht. Steig hier an. Ne, warte. Einfach da durch. Das geht doch nicht, oder? Geht das nicht? Keine Ahnung. Glaub nicht. Oh, die Bullen, ey. Alter, komm mal hinter mir. Oh, die Bullen, ey. Ja, kommen. Jo, ich komm. Unser Arsenal wurde erweitert, besuchen Sie unsere Website, wenn Sie sich effektiv schützen wollen. Oh, ich find's so dumm. Was? Ich hab nem, ich hab nem SWAT-Heini sein Auto geklaut. Ich denk so, yo, übelst das geile Auto. Er steigt aus, gibt mir mit M16 in den Kopf, ey. Ich kann ja mit der AC schon mal weiter nach vorne fahren. Auf jeden Fall, ähm, da können wir ja vielleicht mal zeigen, dass man das auch hinten aufmachen kann. Ich weiß nicht, was den jeder kennt. Deswegen lass ich die auch mal kurz unberührt. Dat glaub ich auch nicht, dass das jeder kennt. Das haben wir auch erst, äh, ja. Ja, gestern durch, durch diesen einen Spieler, der da war, und... Ja, du, genau, der flog ja auf einmal mit, auf der Klappe, ne? Ja. Der flog über mir und ich so, lol, seit wann kann man das aufmachen? Erstmal gegoogelt. Ja. Geyoutubed und dann... Jo, da bist du, oder? Oh, was machst du? Ich wollt' nur zu dir herfliegen. Oh, lol. So? Nee, noch nicht. Warte mal, ich hielt dir ab, Alter. Da kann ich auch nix hier. Na, Alter, ey. Lol, Kopfgeld. Lol, hast du die... Wegen dem Auto, oder was? LOL! Was machst du? Ejo, der hielt mir, dass ich 5.000 Dollar Kopfgeld geholt. Oh mein Gott, ich war auf deine Motorhaube. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Warte, ich klau uns n' Auto und dann geht's ja wieder hin. Äh, alle unter 18 müssen jetzt bitte kurz weg gucken. Ich muss jetzt kurz meine Wut auslassen mit einer kaputten Glasflasche. Leute! Hol' mich hier raus! Die Bullen! Ja, lauf' ich mit! Ja, du... Raus' hier! So. Zwei Sterne, ne? Lauf' mal... Die Rektade auslisten, Wolle. Wir haben Platten? Ja... Egal. Auf geht's! Õy! Perfekt. Doch nicht. Hier wäre ein Privatjet. Der Kargobob. Siehst du ihn? Wie er mega ineinander spawnt mit dem anderen? Ah ja. Ne. Loll. Jetzt auch nicht mehr. Aber ich hab's auf Video. Ich hab's auf Video. Vorher war's. Loll. 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 Ich Schleuderfall. Ich glaub ich, dass es an den Platten liegt. Doch. Zieh du mir nach rechts. Yo. Yo. Wollen abgehängt. Nice. Keine AC, oder? Doch. Nice. Machst du. Rausspringen. Wollen wir da nix einladen? Wir brauchen das Auto doch. Ja. Ich hau erstmal hier gegen, damit die Zuschauer sehen wie das funktioniert. Einfach. Ja. So. Jetzt hat die Heckklappe so ne Delle und ist bisschen auf. Und wenn man jetzt einsteigt. Fahr du dann gleich mit dem Auto rein, ne? Yo. So. Wenn ich jetzt ein bisschen Gas gebe, dann backt das übel rum. Und dann geht die auch ein bisschen weiter auf. Der Theorie. Ja. Ja. Und genau so. Jetzt komm schnell rein. Ja warte. Du musst stehen bleiben. Ja. Go, go, go. Nee, die ist bei mir immer noch halb auf. Warte. So, jetzt. Vorher ist ein Bullenwagen. Ja, nein. Bleib einfach stehen. Aber wenn ich jetzt bremse, dann geht die wieder hoch. Los, komm. Nein. Hey, bei mir ist die komplett unten. Ja, ein bisschen nach vorne. So, warte. Hey, bei mir ist die komplett zu. Ja, jetzt nicht. Rinn. Los. Was? Was? Auf geht's? Was? Auf geht's? Ich bin mit der Nase auf dem Boden. Was? Du bist so unter mir. Ich kann nicht abheben. Ich kann nicht abheben. Ich fahre in die Lagerhalle rein. Was war denn jetzt? Ja, guck's dir nachher an im Video. Die Ladeklappe war zu bei mir. Und du bist reingefahren und warst auf einmal unter mir, weil die Ladeklappe zu war. Und auf einmal backt das mega rum. Und ich bin mit der Nase voll auf dem Boden. Back in der Luft. Bei mir war das aber... Was für ein Bullshit, ey. Na ja, wir sehen uns... Zweiter Try, oder? Nee, gut. Ja, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. GTR 5 Online. Oh ja. Aber wer schießt hier? Ja. Dann haut rein, Leute. Alex kloppt sich hier noch ein bisschen mit der Polizei. Ey, yo. Bis dann. Tschüss.